Mit ihrer Hausnummer 5 hat sich Uschi Hirsch einen Traum erfüllt. Die 72-Jährige lebt seit dem 1. September in ihrem Tiny House in Westhausen-Lippach. Wohnen auf kleinstem Raum, jeder Zentimeter ist ausgenutzt. Uschi Hirsch konnte nur ein Drittel ihrer Sachen mitnehmen. Wichtig war ihr aber, auf jeden Fall ein Gäste- und Arbeitszimmer zu haben. 45 Quadratmeter hat das Haus, das ganz aus Holz gebaut wurde und mit Infrarot beheizt wird. Direkt an einen Acker grenzt das Grundstück in Lippach. Über eine Treppe kraxelt Uschi Hirsch in ihr Schlafzimmer. Aber auch das genießt sie genauso wie die kleine Wohnfläche. Mich zu verkleinern, zu verringern, ist einfach toll. Gefällt mir unheimlich gut. Die Höhe finde ich sehr interessant. Also die Rauminnenhöhe, die Vielfalt. Man kann so viel draus machen, eigentlich auch mit diesem Grundschnitt. Bereits Ende August wurde das Haus mit einem Tieflader und viel Lärm komplett auf den Grundboden gesetzt. Dann erst bekam es noch die Außenverkleidung, wurden die Leitungen verlegt. Davon ist heute fast nichts mehr zu sehen. Dann noch die Außenverkleidung. Dann noch die Außenverkleidung. Dann noch die Außenverkleidung. Dann noch die Außenverkleidung. Dann noch die Außenverkleidung.